Herzlichst Willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin der Smiley und heute habe ich eine Runde PlayerUnknown's Battlegrounds für euch. Vorab eine kleine Entschuldigung für die ganzen letzten Tagen, Wochen, dass es jetzt keine Videos mehr gab. Ich habe ja momentan echt krasse Internetprobleme. Wer auf meinem Discord ist, hat das gleich mitbekommen, da habe ich ja schon ein, zwei Mal deswegen geschrieben. Aber nun ja, heute habe ich es geschafft, dass ihr meine Pupke-Runde seht und nächste Woche soll es dann mit Escape von Tarkov weitergeben. Also bleibt dran und habt viel Spaß mit dieser Aufnahme. Okay, weiter in die Wurde. Na ja, aber in die Richtung, wo wir laufen, hatten wir einen Gegner vor uns, denk dran. Hinter uns sind auch Gegner. Oh, gleich vor uns. Kontakt direkt vor uns. Müssen wir weiter bordern. Ja. Lass es selbe spielen, dann scheiß auf die. Weißt du, wie man den Punkt zahlt, so wenn du in Raptor-Taste den Punkt ändern kann? Und nicht ganz raus, ne. Irgendwann den Options. Wir müssen es bald. Lassen wir die schießen. Oh, da hat ein Vector oder einer. Ja, nehmen wir lieber nicht anlegen. Schießen wir aus der Border dann rein. Die kriegen da eh dick Damage, wenn die... Da, da kommt einer. Genockt. Ich habe keinen Griff oder so irgendwie, keine Ahnung, ich hatte Recallt und Ender. Schauen wir mal mal kurz weiter. War nur einer. Aber der ist ausgenockt worden, also noch nicht instant tot. Ich habe null Ahnung von wo. Irgendwo von 155, da wo du hinläufst. Da, ah, da ist links. Granate. Armin. Oh, nice. Dahinter war noch irgendwo einer. Habe ich was rennen sehen. Sicher? Und links von uns ist ein Auto. Achtung. Border der, schnell. Ja. Da, ich sehe jemanden auf 150 auf dem Feld. Zwei Typen. Okay, weiter bewegen. Ich sehe sie nämlich auch gar nicht. Ach doch, jetzt ja. Ja. Hörst du das Auto wieder? Ich habe jetzt gerade nichts. Auf Einschlag bereit machen, nicht dass das Auto auf uns kommt. Okay, der hier ist weit weg. Schaffen wir noch. Auf Einschlag bereit machen. Was hast du genau gesagt? Ich habe gesagt, auf Einschlag bereit machen. Schlag. Oh Gott, jetzt möchte ich auf einander treffen. Geil. Das musst du dir merken, Digga. Das musst du dir merken. Ja. Weißt du, wenn ich ein drücke. Weißt du siehst ja, wenn du rennst, du siehst ja deine Hände und sowas. Ja. So, wenn du alt drückst, dann bewegen sich deine Hände auch mit und sowas. Oh, leu. Links, rechts. Und das sieht so komisch aus, Alter. Dann haben sie die Hände an die Kamera gefixt. Ja. Dann hat unser Charakter quasi gar keinen Körper. Nur für die anderen sichtbar oder so, denke ich mal. Anscheinend. Achtung, jetzt. Fahrzeug. Links von uns, oben, oben, oben. Ja, ja. Granate ist raus. Wenn man die M4 kommt, gehen wir hoch, gehen wir hoch. Achtung, Granate. Okay, los, los, los. Am Kaktus. Achtung, Achtung, Achtung. Gehen wir hoch. Deja, du... Was ist denn, Alter, das... Ah, fuck. Fabin? Nice. Hab gezögert. Heil dich. Achtung, beweg dich, nicht... Oh. Oh. Hab mich galt. Ich booste. Ich sehe einen auf 195, der rennt grad zum Baum. Jetzt rennt er weiter. Noch einer. Sind zwei. Ah, jetzt. Ich hätte nicht schießen dürfen. Wir müssen die Border. Okay. Wo die denn raus ist? Au. Oh, lauf, lauf, lauf. Ich hab keine Ahnung von wo. Lass dich mal kurz heilen. Ja, du kannst da jetzt nicht stehen bleiben. Fuck. Hinter uns war auch noch irgendwas, Flo. Ja, links war der, glaube ich. Ich weiß nicht, ob hinter uns. War ja Border direkt hinter uns. Ah, der Gegner rechts ist da, wo die Straße endet. Da macht die Straße so einen Hügel nach unten. Da ist er drin. Ach so. Hinter dem Frack-Auto. Die Map gefällt mir hier grad gar nicht. Oh mein. Links war uns war ein Gegner. Ach, du Scheiß. Okay, ähm, Flo? Ja. Im Wilden. Da, da, da. Ich sehe sie auf 190 Grad. Ich sehe sie mal kurz. Sieben Sekunden. Die haben eine geile Position. Das muss man denen lassen jetzt. Wo genau? Bei den Häusern sind sie jetzt rein. Lau Häuser. Genau. Was wollen wir machen? Wir können nicht in den Berg hoch. Ja, sieh die, sieh die. Die gehen, ähm, runter. Da ist nur einer. Zwei. Achtung. Das sind zwei, Tatsache. Ich weiß nicht. Wir sind nicht in der Border. Jetzt, okay. Hoppla. Ich laufe weiter. Komm mit. Ah, ja, die rennen runter. Tatsache, hab ich gar nicht gesehen, dass sie schon da sind. Ja. Die sind hinter dem Laster stehen geblieben. Ja, ich sehe sie. Oh, ich hab's gesehen, besser gesagt. Hey, heuerhaufen, Entschuldigung, Entschuldigung, heuerhaufen. Ich hab's gehabt. Ich hab's gesehen, glaub ich. Alles klar. Geh in Deckung, scheiß auf die. Was hat der mir jetzt reingedrückt, Digga? Gucken wir mal was. Geh in Deckung? Bleib einfach mal. Was wollen die machen? Die können nix machen. Die müssen zu uns rennen. Oh stimmt, die müssen echt zu uns rennen. Ne, wir müssen zu denen. Ja, scheiß. Ist mir auch gerade aufgefallen. Lass uns mit der anderen Seite vom Werk. Da ist auch Gegner, weißt du? Lass mal da hin. Au. Au. Alter, mit was schießen die eigentlich? Au. Hier ist ein paar Gegner vor uns, Achtung. So, ich muss jetzt nochmal heilen. Okay, ich... Oh, wir werden angezielt, glaub ich. Ah, ne, die rennen, okay. Ich muss boosten. Ich wurde genockt mit einer K, Achtung. Von wo? Ähm... 285, du kannst mich heilen. Hast du ne Sanitätszeige, die dicke? Äh, ne, ich hab nur... Ich hab die gerade benutzt, sorry. 5, 4, 3, 2... Okay, boah, der rennt. Ne, passt, ich hab noch so'n, aber ich nehm das trotzdem gern, wenn du's nicht brauchst. Abstand. Boah, der ist da. Los. Komm, komm. Wenn wir Glück haben, ist der Hügel uns, wenn wir Glück haben. Minimal, pass auf, von rechts. Und links, Achtung, die Sniper aufm Heu-Ball. Oh, leg internet lag. Boah, wir haben Glück. Da rechts die K, sie könnte bei den Häusern sitzen. Bleib bitte in Deckung, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß, okay? Keine Faxen. Ja, sorry. Wir müssen zu denen gehen. Hast du ne Granate? Wer auf die Mop... Ja. Au, da, vor uns direkt am Haus, am Haus, an der Ecke. Vor uns direkt, Achtung. Ja, ist ja die. Hab ich genockt? Geh, beweg dich, beweg dich. Nicht stehen bleiben beim Schießen. Seine Mait ist auch noch da. Ah. Ah, lol. Nice. Der ist down. Wer ist hinter dem Haus? Boah, dann wir müssen auf die, auf die freie Flasche ran. Ist der andere auch down? Ja. Ne, 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 der ist nicht down, glaub ich. Am Haus also, ist der noch am Leben? Glaub ich. Gut. Müssen den Heubein beschießen. Ich weiß nicht, wo der, wo der ist. Also wo die zwei Typen sind. Die sind... Oh, bei uns, los, los, los. Die kommen den Berg hochgeraufen. Einer kommt hier. Warum hat der... Ja, Mann. Uh. So muss das sein, Mann. Hat er dich noch genockt? Nein. Oh, gut. So, meine Freunde, dankeschön fürs Zusehen. Ihr habt vielleicht gemerkt, das war alles ein bisschen improvisiert. Also der Aufnahmestart war ziemlich am Ende und die Anzeige Sound war sehr leise. Es war alles im Großen und Ganzen ziemlich improvisiert, dass ich überhaupt aufgenommen habe. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass es jetzt so lange ruhig war. Nächste Woche soll es nochmal auf jeden Fall mit Escape von Tarkov weitergehen. Dankeschön, Leute, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.